Guten Morgen! Guten Morgen! Wisst ihr heute, was für ein Tag ist? Ja, natürlich! Wir gehen ans Konzert von unserer Tante! Ich hole meinen Rucksack. Ah, hier ist der ja. Ich freue mich so! Ich muss mich ja noch anziehen! Los! Stehen und los! Tschüss Mama! Tschüss! Und hopp, wir gehen jetzt zum Konzert! Juhu! 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 Untertitelung des ZDF, 2020